Wie ihr seht, ist der kleine Juma heute ein bisschen angespannt und ich möchte euch zeigen, wie ihr ein Pferd, das sehr nach außen schaut, wieder etwas mehr auf euch fokussieren könnt. Der Schlüssel dafür ist die Hinterhand. Wenn ihr die Hinterhand des Pferdes verschiebt, und zwar so, dass es wirklich untertritt, muss das Pferd in die Biegung kommen und der Kopf und damit auch die Aufmerksamkeit kommt automatisch wieder mehr zu euch. Ich zeige es euch mit dem Driving Gang. Wenn er den Kopf drüber nimmt, gehe ich wieder in die Position. Ihr habt gesehen, ich bin ruhig dran geblieben, habe ihm weiterhin gezeigt, was ich möchte. Und jetzt die letzten Schritte waren super und in dem Moment hat er auch gekaut und geschleckt und ist jetzt mit seinen Gedanken wieder mehr bei mir. Ich zeige es euch.